Hey Leute, heute mache ich mal ein Video, in dem ich ziemlich viel zu feiern habe. Naja, also viele spezielle Highlights und zwar Upload 200. Uhu, ok wartet, dann habe ich 22 Favoriten, ok das ist nichts besonderes. Wartet, dann habe ich meine Source Server Playlist erneuert. Und ich habe schon über 2000 Aufrufe bei meinem ersten Video. So, als nächstes habe ich, Moment, ähm, 304 Kanalkommentare, wuhu. Dann habe ich, ähm, bald 25.000 Upload-Aufrufe und 6.700, also fast 7.000 Kanal-Aufrufe. Wuhu, ähm, dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich über 130 Abos. Über 120 Abonnements. Drei Gruppen, wow. Und, ähm, als allerletztes noch, habe ich 140 Freunde. Wow, toll, ne? Mann, habe ich viel zu feiern. Ciao Leute. Boa, wo ist sie? Das war's.